und ein herzliches willkommen zurück wieder auf der suche nach arbeitern kämpfer hier bei pokémon technik auf nintendo switch und schon fündig gruppe b5 aus deutschland sylien die kämmer kämmer dich schon auf jeden fall hallo grüß da kann schon ewig nicht mehr gegen den datei gespielt diese irgendwie brauchen immer voll lang wieso erwische ich dich nicht hey warum ok 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 sehr gut hier was macht die denn da verpacken die haben denn ich glaube ich kann auch gar nicht mal und ich komme zu nix ok ach komm nein also mist ok spielt einer es mit dacra als gegen die die schon kennedy dacra spielen sehr gut auf jeden fall ja 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 Sehr gut. So, jetzt lassen wir sie auch warten. Falls sie schon gedrückt hat. Ich weiß ja nicht. Warum hat mein Dings schon wieder nicht funktioniert, ey? Gibt's doch nicht. Weißt du, Inka die zweite Runde so gut funktioniert und jetzt. Gibt's doch nicht, ey. Oh man, das war doch blöd jetzt. Ey. So eine geile zweite Runde, weiß man dann sowas. Als hätte ich plötzlich alles verlernt. Oh man. Aber schöner Kampf, danke. Vielleicht sieht man sich ja gleich wieder. Das wäre ja auch cool. Und euch danke fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Bis zum nächsten Kampf. Viel bei Pokémon Techniques auf der Nintendo Switch. Vielleicht der vorletzte Kampf. Dann muss ich schon wieder ins Bett. Bis dann. Tschüss.